ARD Text im Auftrag von Funk So, Leudings. Hat das Spiel keinen Ton? Ach hier, hab die Musik ausgemacht. Das ist ne andere Karte als gestern, die kenn ich noch nicht, das ist ja scheiße. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier machen soll. Jetzt ist das Licht kaputt. Das ist ja ganz, ganz schlimm hier. Diese Spannung. Florian, mach mal eine Abstimmung, ob ich die Runde überlebe oder nicht. Die Map war damals die beste. Ich kenn's gar nicht. Ich kenn's gar nicht. Ach scheiße, jetzt bin ich wieder unten. Jetzt bin ich wieder unten. Was denkt ihr, wer es ist? Guck mal. Nein, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Alter, ich bin grad an einer Aufgabe. Übelst verzweifelt. Meine lieben Damen und Herren. Blau. Leute, ich wusste es. Ich wusste es, dass es Talita ist. Echt, ich wusste, dass es Talita ist. Vito, glaub 5 Euro kostet's. Ich wusste, dass es Talita ist. Die wollte mich vorhin schon töten. Die wollte mich vorhin schon töten. Jetzt hat sie es echt. Jetzt hat sie es gemacht. Uh. Oh, guck mal. Guck mal. Guck mal hier. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was ist das denn für Aufgabe hier? Jasmin stand neben mir. Guck mal. Oh, die hübsche. Was muss ich denn jetzt noch machen? Hier, hier. Ich bin ziehen. Ich hab irgendwie meine Aufgaben zugemacht. Ey, du Rabauke. Man sieht ja schön, wer kein Impostor ist. Jasmin, du musst, du musst, du darfst nicht in den Stream reingucken. Du darfst nicht in den Stream reingucken. Du darfst nicht in den Stream reingucken. Gut. Halt, wer echte Aufgaben hat. Nö, ich meine, allgemein sieht man das. Weit ich nicht. Ich kann nicht. Laura und das haste. sind ja echt echte hardcore aufgaben hier leute ist ja wirklich boah ich hab hier blätter reingeschoben ist das nicht toll jetzt werde ich getötet ich werde gleich getötet von sugar mom das ist jannik jannik ist sugar mom oder dieselbe aufgabe wie ich oder 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 wo habe ich den skin her der habe ich tatsächlich geschenkt gekriegt ich geschenkt kriegt als ich das spiel gestatt habt dann tschüssi ok das ist traurig oh guck mal sugar mom sugar mom ist zass mega ok krümelkeks kann bestätigen dass ich nicht bin ich habe mich zwei leute gewählt was das denn die frage ist haben wir jetzt gewonnen so leute ihr seht ich muss jetzt ein kill machen ich habe keine zeit mehr shit ach nee ich habe noch ein bisschen zeit aber ich muss jetzt ich muss jetzt echt mal ich muss jetzt echt mal kill machen leute ich finde immer die ich finde immer die aufgaben gar nicht um shit 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 cool que Ah, ist ja Sass. Sass hier. Sass, also wenn, dann denke ich, dass es... Ich? Du bist es auf jeden Fall nicht. Es könnte ja Memen sein. Ich würde sagen, Randy Sass. Ich? Juni, was ist mit dir los? Randy ist auch Sass, ja. Ich war bei einer Aufgabe, da war Randy vorher, dann ist er zurückgelaufen, hab ich schnell die Aufgabe abgebrochen, und bin weggelaufen. Ja, du wirst aber auch, dass ich von dem Game noch keine Ahnung hatte und mich immer so random verhalte. Denk mal gestern an Minecraft. Nee. Aber Randy, das ist Sass. Randy ist Sass. Jasmin und Laurens waren die ganze Zeit zusammen. Nee, gar nicht zu 100% safe. Wenn es jetzt nicht ist, Alter. Ja. Ja. Ich finde es sogar. Ich finde es sogar chillig. Ich habe so auf Yannick geholfen. Du wolltest das nur, dass ich rauskomme, oder? Nee. Ich schwöre, du bist aus dem Ding rausgekommen. Also, du hast mich so nervös gemacht, als du mir auf einmal gehechtet bist. Du, der hechtige Schlange getötet. Wir standen fünf Minuten beieinander. Nee, das war mir suspekt, mein Junge. Das war mir suspekt. Sehr suspekt. Sehr suspekt. Ich habe dreimal versucht, diese Übertragungsaufgabe zu machen. Dreimal, zweimal davon wurden irgendwelche Meetings. Das dritte Mal sticht mich Randy ab. Mittendrin, kurz bevor ich es beenden konnte. Ja, du musstest sterben. Du musstest. Die haben mich, glaube ich, noch nicht so auf den Kieker. So, ich laufe jetzt hier mal ein bisschen rum. Ich gucke jetzt mal, wen ich hier so finden kann. Boah, die sind alle weg. Die sind alle weg. Der rennt jetzt auch noch weg. Kann ich jetzt nicht hinterher rennen, das ist zu offensichtlich. Ah, da gehen zwei rein. Kann ich nicht machen. Boah, Jasmin rennt an mir vorbei. Ja, Jasmin. Der Querdenker ist sus. Er ist sehr sus. Ah, es laufen wieder zwei vorbei an mir. Geht nicht. Ah, es laufen wieder zwei vorbei an mir. Geht nicht. Was? Scheiße. Viel zu schnell gemeldet. Viel zu schnell gemeldet. Und jetzt drückt dann so ein Wichser. Also, es ist cool. Es ist Slend, oder? Es ist Slend, oder? Nein, Jasmin hat... Es ist Slend und Vito auch. Warte, 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 warte. Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Aber Vito ist auch an mir vorbei gerannt. Da in die Richtung. Warte, sag mal kurz, wo die Leiche war. Wo war die Leiche? Communication, der Kack auch immer ist. Communication? Kann man eigentlich irgendwo eine Karte angucken eigentlich? Ja, eigentlich. Lc musst du drücken. Nee, oder? Nee, es geht nur dann. Ich spiel's wieder auf Tastatur, weil das mit dem Controller permanent mit den Aufgaben nicht geht. Oh, das am schlimmsten ist es mit der Karte, Alter. Da bin ich fast am verzweifeln. Rechts, rechts unten ist Communication. Ich frage, was ist Jasmin's Argument, dass er nicht gay kann? Wer ist gay? Jasmin sagt, wer ist gay? Was? Die Frage ist, warum ist Jasmin's Argument, dass Randy Sass ist? Ich? Alter, was soll denn das? Ich dachte, wir sind in Liebe vereint. Ich hab dich gerade mit Sass erklärt. Jasmin, was ist mit unserer Liebe passiert? Nee, nee, nee. Okay. Leute, Leute. Auf wen schwimmt? Lorenz ist mir auch gerade ein bisschen sass. Der ist mir gerade komisch hinterhergerannt. Lorenz. Lorenz. Okay, dann nehme ich auch. Lorenz. Der arme. Vito. Lorenz. Florian, wir treffen uns Krankenstation, ja? Florian. Oh Gott. Florian, oh Gott. Äh, nicht Florian, Janik, meine ich. Ich glaub, der hat alles gemacht. Oha, er will den Randy raushaben. Ja, echt jetzt. Was soll das denn? Der Vito hat Hass auf Randy. Also, wir treffen uns Krankenstation, Janik. Die Jungs sind tatsächlich spannend. Oha, Leute. Drei Leute sind schon gegen mich. Das ist bitter. Das ist bitter. Es sind einfach schon drei gegen mich. Ich darf jetzt nichts Auffälliges machen. Ich muss mich jetzt richtig schön bedeckt halten. Ich muss mich jetzt richtig, richtig schön bedeckt halten. Warte, ich muss jetzt mal auf die Karte gucken. Cafeteria. Strom umleiten. Ja, aber die Aufgaben gehen nicht, Digga. Die Aufgaben gehen nicht. Boah, Leute. Ich muss so aufpassen jetzt. Ich muss jetzt wirklich so for real aufpassen. Und Janik verfolgt mich. Janik denkt, ich bin sass und verfolgt mich. Guck mal hier. Der tut mich die ganze Zeit verfolgen. Richtig, richtig schön verfolgen. Ja. Der tut die ganze Zeit hier... Boah, ich muss jetzt einen Kill machen. Die haben auch die Aufgaben bald alle geschafft. Shitty, 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 Shitty. Oh, Leute. Hier ist ja auch keiner. Hier ist ja auch keiner. Hier ist ja auch keiner. Lorenz. 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 ich bin ich bin leck schüttel gegangen dann habe ich geguckt ob da ob ich da was zu machen habe ich wieder ausgegangen habe dann kann es ja nur wenn die oder vielleicht ist ja wie du zusatz über das nicht weil er war ja die ganze zeit bei jasmin ich hoffe ich hoffe es einfach haben einfach alle mich gewählt so eine scheiße ja das ist das jetzt so blöd ja ja oh mein gott richtig und wichtig detektive robin hat geklärt